So, moin moin und willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight, das Halloween-Update in der ganz besonders gruseligen Edition heute, vor allem, weil so und wechs dabei ist. Hallo, meine Lieben, willkommen zum heutigen Spiel von Dead by Daylight. Wer ist das? Bist du das? Ich bin es nicht. Ey, der soll bloß abhauen. Nein, der hat mir meine Kiste geklaut. Vertikosnuss. Oh, oh. Oh, oh. Ey, hör auf, in der Kiste rumzukramen. Warum darf er nicht mehr in der Kiste rumkramen, Mensch? Weil hier gerade bei mir der Killer ist. Ah, nicht gut. Wer ist es denn? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich höre den nur. Ich fahr gerade im Keller und das ist gerade nicht so gerade die beste Idee, die man hier haben kann. Endlich hast du's, endlich hast du's eingesehen. Ja. Hier ist ein Totem, aber... Also, der Typ nervt. Man. Der macht alles weg, was ich hier von meiner Nase hab. So ein Schwein. Ja, ich hasse so Weltfälle heute. Oh, oh. Ah, warte, warte, warte. Ich seh, glaub ich, den Killer. Warte, 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 warte. Ich probier mal kurz daraus zu finden, wer das ist. Das ist der Feinsteller? Ach, ja, gut. Das ist gezählt. Gegen den komm ich sehr gut an. Also, da hab ich echt keine Probleme. Bist du in der Bärenfalle sitzt? Äh, ja, genau. Ich höre ihn wieder. Oh, oh, ich glaub, der verfolgt jemanden. Ja, weiß ich. Oder mich? Jetzt hat er dich gesehen. Bist du das gewesen? Nee, ich wurde nicht verfolgt. Das ist hier der Hellcase. Bist du denn? Oh, oh. Ich war grad mit Hellcase an einem Generator, dann ist er gekommen. Äh, okay, der Killer hat mich jetzt nicht gesehen, glaub ich. Nee, hat er nicht. Du machst grad was kaputt. Oh, oh. Ähm. Ey, bitte. Welchen Charakter spielst du nochmal? Ich spiel Thomas. Achso, gut. Mit Stirnband. Ja, okay. Oh, scheiße. Ah, da unten ist ne Kiste. Der Typ ist mir jetzt Schnuppe. Oh, diese blöde Kiste. Scheiß drauf, ob er stirbt. Ich weh die Kiste. Joa. Ich hab gar nix. Okay, da ist noch ein Totem, aber der ist nicht aktiv. Ich bin sowieso in der Nähe von ihm, also ich... Ich werd den holen. Oh, 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 oh. Ah, gelb, gelbes Dings. Oh, wenn mich jetzt der Killer bekommt, der, das wär so blöde. Geh mal ran ans gelbe Totem, da sieht der Killer dann nämlich, das wird ihm angezeigt. Geht halt weg vom Haken. Hm, er ist bei mir irgendwo. Der ist irgendwo bei mir. Ich weiß noch nicht wo, der ist echt blöde. Äh, holst du den, oder wer holt den, oder? Oh, ich hab ihn. Jot. Ich bin jetzt schon mal etwas safe. Es regnet, oder? Ein bisschen. Bisschen, doch. Okay, ich bin hier grad beim Tor. Bringt mal bis jetzt aber noch nix. Hm, hier ist ein Generator. Soll ich es probieren? Soll ich es nicht probieren? Ja, ich probier's, komm. Das kommen wir ja auch nicht raus. Oh, ich seh, hoppala, ich hab grad gesehen, ich hab den Namen etwas falsch geschrieben in den. Oh, nein. Nein. Holy shit. Sagst du, dass du jetzt, weil du meinen Namen falsch geschrieben hast, oder weil der Killer dich sieht? Äh, weil der Killer mich gerade fast hat. Äh, ja, deinen Namen hab ich, das ist aber auch irgendwie blöd. Hab ich jetzt, Alter, der kriegt mich nicht. He, he. Kleiner Lappen. Ja, wo ist der denn? Der ist bei mir. Aua, er hat mich doch. Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest? Aua. Ich kam da nicht raus. Alter, wer pflanzt da so'n scheiß Baum mitten am Ding, wo man rausspringen kann? Alter, was ist das? Wer pflanzt da so'n Baum hin? Ja. So eine Schweinerei. Ist doch geschoben alles. Ja, das ist so abfackend. Ah, ja, klar ist da halt. Alter, was ist hier los? Ich hole dich schon runter, Mensch. Der eine hängt, ah, na, hau ab mit dieser blöden Falle, ey. Äh, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin direkt bei dir. Hat der eine Falle hier irgendwo hingelebt? Äh, hier ist ne Küste. Kannst du gerne öffnen erst. Aber, äh, ja, hätte es auch erst die Küste öffnen können. Ist für mich kein Problem gewesen. Ach wat, man wäre da zurückgekommen. Ich heile mich mal kurz. Oh oh. Ich lenke ihn ab. Wenn ich ihn sehe. Ich bin grad noch da. Feiße. Bei, ich bitte. Hast du? Hat er dich? Er hat dich, gut. Ich bin geheilt. Er hat mich nicht. Du läufst genau in seine Richtung, falls du das bist. Ja, ach, komm. Wo warst du denn? Ich bin weggelaufen und hab mich hinter einem Baum versteckt und ist auch nicht rumgegangen. Also jetzt rennt ihr mir 25 Stunden hier hinterher, oder was? Alter. Wie kann man halt ins Killer so viel Ausdauer haben, Alter? Ach, yo, natürlich. Ah, Mann. Er haut ab. Warum das denn? Bleib bloß weg. Bitte. Ich bin einfach nur ein Noob. Mach einfach nichts. Warum? Was macht er denn? Gerade nichts. Er ist abgehauen. Ich hab Herzklopfen. Hm, dann sucht er dich wohl. Oder er hat keine Ahnung genau, was er machen will. Ich höre keinen Herzklopf mehr in der Zeit. Und ich fliehen. Ja, ja, ja. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir doch. Ist er bei dir? Äh, ja, der May. Ja, komm mal schneller. Alter, lass mich, lass mich, lass mich. Alter. So, jetzt hast du weitermachen, komm. Ach so, jetzt haut der ab. Der wollte mich eigentlich weiterhallen. Ich werde verfolgt. Äh, ja, ich bin nur angeschlagen. Ne, ich krieg mich nicht mehr vollgehalt. Ja, scheiße. Ist dir noch irgendwo ne Kiste, obwohl es sieht einigermaßen gut aus. Ist grad nicht das Beste, was man sich wünscht, aber... Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ja, wenn. Ich versuche, dich da auf jeden Fall zu retten, wegen ich bin ein bisschen angeschlagen, aber... No, passt. Im Haus habe ich immer noch ne Kiste gesehen, äh, auf die noch... Du kannst doch mal nen Werkzeugkopf haben, wenn du möchtest. Oh, oh. Ist er hinter dir? Ne, ich habe ihn abgehängt. Ja, gut, dann ist er irgendwo bei mir. Also, glaube ich, irgendwo etwas in der Nähe. Hab jetzt kein Herzklopfen von mir... Ah, doch. Ja, ja, äh, äh, ist irgendwo. Oh, scheiße. Ich geh lieber wieder zurück. Keine Lust. Hm, okay. Ich bin einiger, aber, äh, äh, wo bist du denn? Beim Haus. Welchen? Dem Großen. Ja, bleib da. Sitz unter der Treppe. Ja, bleib da. Den Spot musst du dir merken, da kannst du dich unter die Treppe setzen, da ist ein bisschen Holz aufgestapelt. Da guckt der Killer eigentlich nie hin. Äh, warte, warte, ich bin im Großen. Glaube ich. Ist das das Große oder ist das ein Kleines? Okay, er hat sich freigewiegelung. Ne, ich glaube, ich bin im Falschen. Äh, hier gibt so viele große Häuser, das ist echt nervend. Warte, ich glaube, jetzt bin ich bei dir. Ähm... Hier gibt's einen so ganz Großes, da kannst du auf die Veranda gehen. Genau, äh, hier bin ich, glaube ich. Ah ja, warte, unter der Treppe und da ist Holz, ne? Genau, warte, da komm ich zu dir, dann bleib da. Hier. Ich, äh, geh jetzt einmal nach oben. Jetzt bin ich runtergekommen. Ups da. Hörst du mich atmen? Komm mal unter die Treppe schnell. Wo, wo genau bist du jetzt? Da unter die, unter der Treppe beim Holz. Beim Holz, äh, jetzt muss ich erstmal die Treppe hier wiederfinden. Ach da. Ach, hier, 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 hier. Ja, komm, das schnell unter die Treppe, nenn. Ach, diese. Aha. Ja, das ist ein super Spot. Boah, irgendwie hab ich immer bei so welchem Spiel fang ich an zu zittern, keine Ahnung. Irgendwie wegen dieser Aufregung. Danke. Äh. Du musst gehen. Ja. Du bist zu dick. Komm nicht an dir vorbei. Irgendwo hier in der Nähe war ein Generator. Ja, und da in der kleinen Hütte ist doch bestimmt einer, oder? Ja. So. Boah, die Hütte ist ja auch groß. Ich müsste dann einmal gucken. Hm? Die Hütte ist ja echt auch groß. Ja. Warte, warte. Oh, Killer-Chan ist ja irgendwo. Was? Killer-Chan. Okay. Ach, naja. Hm, ich geh mal zum großen Haus. Ach so, da bist du. Oh. Ich hör, der ist irgendwo. Der ist irgendwo. Ja, ich hör's. Bitte nicht wieder zu mir, ich hab keinen Bock auf den Killer. Ich hasse den. Der ist nicht mein bester Freund. Ebenso am Anfang der Runde, ja, das Haltsteller, der liegt mir. Oh, da ist voll okay. Ach, da wirst du, ja, mal wieder. Hier ist ein Generator. Ach, gut. Hier wird's die Werkzeugkiste haben? Äh, nee, nee, behalte. Ach, komm, nimm mal. Ach, wie legt man nochmal hin? Mit R. Ach, mit R legt man. Gut. Ich glaube, du bist besser, aber ich probier's. Oh, warte, lass dir angeschlagen. Alter, voll viele Punkte bekomm ich grad. Ach, obwohl. Ich hab's grad gefafft. Ich hoffe, ich faffe es weiter. So. So, okay, ich hab ihn fast bis zur Hälfte. Ach, komm, mate. Alter, wie doof kann man sein? Wenn er jetzt hier hinkommt, ey. Na gut, die hat er nicht gesehen, die Falle. Ich hoffe. Komm, 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 komm. Das würde Punkt auffessern. Oh, doch, ich hab's noch geschafft. Uh, das war knapp. Und, an. Ja, yes. So, einer noch. Sieht doch ganz gut aus. Also, dein Werkzeugkasten ist auf null, aber man kann ihn wirklich nur noch, ähm, gar nicht mehr benutzen, aber ich hab ihn irgendwie noch in meiner Hand. Ah ja, dann benutzt den jetzt aber nicht mehr, dann kannst du den ja mit rausnehmen. Gut. Wenn du den verbrauchst, dann sag ich. Möchtest du denn nicht? Nö, ich hab da tausend Stück von. Ach so, gut. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch den Grund, warum der alles resettet hat. Ähm, der hatte mich mal gefragt, ob ich das Spiel, ähm, das ist normalerweise in meiner Cloud gespeichert gewesen. Okay. Oh, alter, der Killer hat nicht Spaß gehabt. Äh, warte, warte, ich rede sofort weiter, ja? Bitte zwei Sekunden. Schnell in den Frank. Ich hoffe, er findet mich nicht. Gut, also, äh, da ich das in meiner Cloud gespeichert habe von Steam. Und, ähm, ja. Dann stand da, ähm, dass das irgendwie nicht synchronisiert wurde. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, wird alles gelöst. Und das hat mich wohl nicht gelöst und bin einfach aufs Spiel starten gegangen. Und dabei hat er wohl meine ganzen Daten gelöst. Und wurden die denn jetzt, also, hast du irgendwas wieder gekriegt von den Seklern, oder? Gar nichts. Haben sich auch gar nicht mehr gemeldet. Ist ja blöd. Ja. Jetzt probiere ich einfach alles wieder aufzubauen. Aber da, da hat's ja Glück, dass du noch nicht so weit warst. Ne. Obwohl, ich war da schon Level, fast 40 oder sowas war ich, glaube ich. Ja, aber ich sag mal, bei mir wär's jetzt ärgerlicher, weil... Ah, ja, oha, das ist Fungextrem bei dir gewesen, ja. Das Spiel ist auch, glaube ich, länger als ich. Ja. Okay, lass bei mir. Jaa, ich bin im großen Haus. Ich hör mal einen Generator, aber ich glaub, der ist schon fertig. Oder? Also manche Generator hören sich so an, als wären die fertig, aber sind's doch nicht. Okay, der ist fertig. Oh Gott, das war schon süß, wie schlecht der Killer ist. So. Hier ist noch ein Generator. Meiner ist gleich fertig. Oh, okay, super. Ich suche in der Zeit dann schon mal ein Tor, ja? Oh, oh. Oder auch nicht. Oh, je. Hat er dich? Nein. Okay, bei mir wäre in der Nähe kein Tor gewesen. Oh, ich muss wieder zurücklaufen. Wäre in die falsche Rüftung gelaufen. Oh, Mensch, du bist ja direkt bei mir. Ach so, gut. Ja, ich bin ein paar Meter hinter dir. Ach so. Ach so. Ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Na gut, man guckt ja auch selten zurück. Oh, ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin auch auf dem Weg zu dem Tor, bei dem du gerade wahrscheinlich bist. Ja, ich hab zur Hälfte fertig. Und jetzt macht es Geräusche. Ja. Yay. Ah, der andere ist auch... Oh, oh, oh. Der andere ist auch da. Als ob... Wir warten noch auf May... Äh... Skribbage ist schon. Oh, oh. Ja, äh, oder? Ja, ja, komm, 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 komm. Huch, ich hab Standbild. Ah, jetzt geht's. Ja, du warst aber draußen. Ablenkungsmanöver hab ich Punkte für bekommen. Oh, ich auch. Hm. Ah, 14.000. Sieht doch gut aus. Das lief doch gleich schon mal gut. Ja. So, Level 6 bin ich jetzt. Äh, irgendwas Interessantes. Äh, noch mal. Genau, das ist einmal die, äh, Will-O-Wisp. Ist die neue Taschenlampe. Äh, hast du die im Blutnetz gehabt gerade? Äh, ich hab die gerade im Blutnetz. Ah. Ich hab die noch nicht aktiviert. Obwohl, ich könnte die, oder? Ne, noch nicht. Erst das Taschenlampen-Add-On. Gummigrip. Oder ich geh runter zum... Hörg. Obwohl, ich kann aber alles nehmen, weil ich noch nicht dieses, ähm, Dings hab. Äh, 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 äh. Einmal hier drauf. Und annehmen. So. Okay, und bereit. Auf den Grabstander hinstehen bestimmt die Namen der Entwickler, oder? Filip Ivanovich. Könnte sein. Hm. Und wieder weg. Mit den Noobs spiel ich nicht zusammen. Joa. Hat sie sich gedacht. Cookie Monster. Ah ja, genau. Ich hatte ja gar nicht die Geschichte zu Ende erzählt. Zu der einen Story, wo ich im Match war. Vorhin. Ähm. Es tat damit, äh. Oh, ja gut. Rubber testet auch. Ähm. Es hat damit angefangen. Ich, ähm, war ja halt im Spiel. Super alles funktioniert. Hab alles, äh, gut hinbekommen. Und danach häng ich am Haken. Tore alles offen. Und die stehen Kilometer, das war in diesem, äh, von dem Doktor. Die, äh, die Karte von dem. Genau. Und, äh, die waren irgendwie alle schon weit entfernt, aber die hätten mich noch retten können. Und, äh, hange ich da. Ich habe zwei Generatoren gemacht. Äh, ja, und dann sind die alle abgehauen. Haben mich sterben lassen. Ey, da war ich in diesem Moment so sauer. Ja, kenn ich. Hat der Killer gecampt? Ähm, nee. Der war weg. Dann hatte ich aber auch echt Folgen. Da, da, da habe ich auch eigentlich ziemlich gut. Die wollten mich retten. Und dann war da auch wirklich wieder so ein Killer, der hat gecampt. Das war dann auch, ähm, der Geist. Ja, dann machst du nix dann. Nee. Das hat auch ein bisschen genervt. Ah. Also ich hoffe, wir kommen nach Edenfield. Diese Karte mag ich irgendwie nicht so. Echt nicht? Nein, es geht. Also, wenn, wenn da so ein, so ein, äh, Michael dabei ist, dann nicht. Auch wenn die Karte zu dem gehört. Wenn so ein Michael dabei ist, dann mag ich eigentlich keine Karte. Nee, also ich finde den, also den, also den, achso, äh, es gibt einen Charakter, den ich überhaupt nicht mag. Der würde ich sogar noch lieber Michael nehmen. Äh, ist die, 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 ähm, ach wie heißt die? Jägerin. Achso, und noch ein Tipp. Du kannst immer am Anfang, wenn du jetzt in, du siehst ja dieses Menü, ne? Ja. Hier sind Fotos. Ich sehe keine Fotos. Achso, ja, ähm, was hast du denn da stehen? Äh, ich hab halt die fünf, fünf Balken. Achso. Head-on-Field. Jawohl. Ähm, also, das steht immer direkt am Anfang, wenn du gener- geht, äh, Entschuldigung, direkt in diesen Ladescreen kommst. Steht direkt unten, stehen ja immer diese Tipps und normalerweise steht denn da immer, ähm, Tipps für Jägerin oder für, für irgendeinen Fallensteller oder für irgendeinen Killer. Dann weißt du direkt, dass das dieser Killer ist. Ähm, es ist der Kettensägenmann. Also der alte Kettensägenmann. Gibt's einen neuen? Achso, ja, stimmt, Laserface, jup. Wo ich mich ja zuletzt drüber aufgeregt hab. Ja. Aber selbst der alte, der ist scheiße, das. Ja. Hat Leatherface eigentlich auch ne Karte gekriegt? Ich glaube nicht. Auch davon hab ich jetzt nix irgendwie so großartiges von gehört, also, normalerweise. Wo, wo treibt er sich denn rum? Ich mache ganz locker flockig einen Generator. Ich auch. Alter, ich krieg's zweimal hintereinander in den guten Fertigkeitscheck-Ding. Oh, ist bei Rubber. Generator passt zur Hälfte. Alter, das geht ja echt flott. Und ich hab's endlich drauf mit den, ähm, naja, einigermaßen, ich hab's dreimal hinbekommen. Er hat Rubber? Ja, 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 der soll den weiter haben, ich bin grad an dem Generator dran. Cookie Monster und ich haben auch gleich einen an. Ja. Oh, ja, yo. Bei mir, über die Hälfte. Nein, äh, fuck, ich muss der weg, ich muss der weg, ich kann nicht weitermachen. Sonst hat er mich jetzt. Schnauze, Drexrabe, ey. Ich geh, äh, ja, okay, er ist wieder bei, den, bei Rubber. Er hat Cookie Monster umgesetzt. Ja, gut. Das war dumm. Nein, ich will bitte den, Kasten, danke. Kasten Stahl. Nein! Bleib doch stehen. Ich kann den nicht heilen. Bleib nicht stehen. Fuck. Äh, der hat den Verein fast am Haken. Generator fast fertig. Ein paar Sekunden. Minuten? Sekunden, wo ist der, wo, wo hat der denn am Haken? Komm, 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 danke, 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 weg hier. Los, weg hier. Oh, feiße. Ja. Halleluja. Ne, jetzt ab. Äh, der ist irgendwo bei mir. Ah, oder auch nicht. Hä, wo hängt der denn jetzt? Wo hat der denn aufgehangen? Ah, fuck, ich muss, der muss durch hier weg. Oh, ist das mies. Bist du in der Nähe? Hm, wo bist du denn? Also, vor dem Haken, ne? Hm? Der eine hängt doch am Haken. Ob du da in der Nähe bist oder nicht. Nein, ich bin da auf, äh, von der Karte links hinten in der Ecke. Okay, ich weiß nicht, da gibt es ziemlich viele links. Äh, also ich werde verfolgt, du kannst ihn locker holen, ja. Ja, dann mach ich das mal. Ich, äh, beeile mich, ja. Ich habe, ich bin fast da. Wenn, wenn den jetzt keiner mehr holen tut. Äh, warte, 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 ich bin da. Ich bin da. Habe hier noch. Komm her. Warum springt ihr immer so langsam durchs Fenster gerade? Ich rass nicht, ich drück doch Schiff. Ja, boah, das ist, äh, heile die gerade. Wie lange? Okay. Dich holen wir auch noch, kein Problem. Läuft aber gerade gut. Ich muss sagen, ist gerade gar nicht mehr so schlecht. Gucken wir mal, wo er sich aufhängt. Ja, mir ist sowieso einer in der Nähe. Ja, ja, trotzdem, man kann ja als Team zusammenarbeiten. Uh, ah, knapp. Okay, er verfolgt den, äh, Wabba gerade. Ja, ja, ich bin dabei. Aber der läuft jetzt wieder zu mir zurück, warum machen wir? Ja, der ist auch ein bisschen krass. Ah, ja, da wäre die... What? Oh, fuck, ich höre den. Nein, oh, fuck. Alter, ist der los? Aua. Boah, ist der hohl. Alter, ist der blöde. Er läuft genau in meine Richtung. Er hat dich gewusst, dass du da stehst. Ja, so ein Vollidiot, ey, sowas regt mich auf. Ja, das kann er doch nicht wissen, dass du da sitzt. Ja, das kann man aber wissen. Mensch, jetzt hol mich endlich vom Haken, du Doofmann. Kann mich mal einer retten? Ich würde gerne, aber... Ja, ja, ich weiß, lass dir Zeit. Äh, wo bist du denn? Rennst du gerade weg? Äh, nein. Tom, 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 Tom. Ja, ich muss mich ganz schnell rein. Er hebt mich auf. Och, komm. Rennt doch den einen blöden Vollidioten hinterher. Nicht mir. Mann. Ja, er hängt mich am Haken. Aua, 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 aua. Der eine ist aber bei mir in der Nähe. Lass dir Zeit. Hebt den auf und geht davor anders hin. Mann. Hau ab. Der hat den gesehen, als ob, oder? Er hebt mich ab. Als ob er mich wieder hat. Als ob er mich wieder hat. Alter. Holy. Ah, aber. Der hat mich wieder. Das war nicht gut. Oh, Mann, ey. Der haut alle um. Ja, ich bin wie am Haken. Ich muss kämpfen. Tom, bist du irgendwo in der Nähe? Ich bin in der Nähe, ja. Ah, nee. Ah, doch, jetzt muss ich kämpfen, ja. Ah, ist das mies. Please. Was macht er denn? Ich hoffe, er kämpft nicht. Boah, ich hasse das, auf dieser feinen Space-Taste zu drücken, ey. Habe ich immer Angst, dass ich voll daneben haufe. Ja, 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 häng den auf, häng den auf. Verpiss dich bloß. Lass mich bloß in Ruhe. Komm nach oben, komm irgendwie nach oben. Geht das? Der kommt, äh. Der kommt gerade da ins Haus rein. Er kann mich gerade nicht so bewegen. Oh Gott, er hat mich nicht gesehen. Äh, ich bin in der Sicherheit, aber ich bin safe. Ich weiß nicht, wie sich bei dir aussieht. Bist du noch in dem Haus da von ihm? Ich bin, äh, ja. Also da, wo du hergekommen bist, ne? Ja, ich komm zu dir schnell. Ich bin oben, genau hier. Treppe hoch und dann hier das Zimmer rein. Hier. Also hier ist alles voller Blut. Oh je. Ja, den holen wir auch noch. Danke sehr. Bitte. Oh, die ganze Zeit das holen, das ist echt ein bisschen blöde. Obwohl. Das ist im Keller sogar. Im Keller? Ja. Oh scheiße. Dann komm ich mal lieber mit. Wo läuft der denn rum? Der ist hier irgendwo. Bin im Keller, bin im Keller. Äh, Tom? Ja? Sorgt irgendwie dafür, dass er am besten nicht hinkommt. Oh oh. Sorry Mädel, ich muss selber meinen Arzt retten. Au, das war zu viel Lärm. Du kannst... Sorry. Sorry. Ey, das ging nicht anders. Wo bist du? In so einem Haus. Ist der hinter dir her? Jetzt nicht mehr. Aber ich hab ihn extra abgelenkt. Hat der... Ja, die hat er was fallen lassen. Was ist das? Gelbe Wechselkiste. Wie nice. Sorry. Sorry. Also, äh... Na. Bisschen blöde von mir. Oh oh. Oh, ist das nervend, ey. Oh nein. Oh oh. Hört sich nicht gut an. Ist das auch nicht. Irgendwann hatte ich einen Venerator gesehen. Warte mal. War der oben? Ähm... Ah, hier haben wir ihn. Komm bitte nicht zu mir. Komm bitte am besten. Verfolgt er dich noch? Könnte man so sagen. Oh oh. Ähm... Also, du bist bei mir in der Nähe. Nicht ins Haus gehen am besten, bitte. Danke sehr. Alter. Holy. Der war grad im Haus. Yo. Hat mich. Bring dich in den Keller, dann ist kein Problem. Ich bin im Haus. Alles okay. Der nimmt mich gar nicht hoch. Äh... Nein! Oh! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aua! Alter! Alter, ich lecke hier rum. Was ist los? Aua! Alter! Ich such mal die Dukes. Holy! Alter, was war das denn jetzt? Bist du auch im Keller? Nee, du liegst da oben. Ich liege hier. Ich grabe hier rum. Alter, ist das krass. Ja. Oh, ist das mies. Also, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Nein, lass mich. Du musst das nicht tun. Lass mich gehen. Oh, ist das mies. Okay, er hat mich nicht gehen lassen. Scheiße. Oh, scheiße. Aber ich habe trotzdem irgendwie heute den Blutpunkt zu besuchen. Mein schönes T-Shirt. Nein, ich nehme lieber diesen Weg. Oh, kostet das viel Geld. Oh, ist das mies. Geopferat. Geopferat. Du wurdest Geopferat. Gut. Hat aber, hat, äh, Killer-Dude gespielt, muss man sagen. Oh, auf jeden Fall. Und Hellfield ist mit Ketten-Singen, Mann, nicht so leicht. Nee. Na gut, dann beende ich mal bei mir die Folge. Oh, okay. Tschau. Tschau. Wieder mal wieder. Ganz stupide. Das hat Tradition. Ah, okay.